Musik Kennst du Hagrid schon? Er ist so groß, dass ich fast seinen Kopf nicht mehr sehen kann. Viel Spaß noch! Einen schönen Tag noch! Ich habe heute hinter dem Bücherschrank ein geheimnis Gebiet entdeckt. Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber beigebracht habe. Es ist der Ado-Mora-Zauber. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Das ist das Symbol für den Ado-Mora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Lass die Maustaste einfach wieder los, wenn du fertig bist. Das war perfekt, Harry. Ich bin schwer beeindruckt. Gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir für diesen Zauber fünf Hauspunkte gegeben. Übung macht den Meister. Versuch es also noch einmal. Das war ausgezeichnet, Harry. Das war richtig gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir mindestens zehn Hauspunkte für diesen Zauber gegeben. Übung macht den Meister. Versuch es also noch einmal. Versuch es also noch einmal. Ich bin mir sicher, er hätte dir fünfzehn Hauspunkte gegeben. So langsam hast du den Dreh raus. Das war perfekt, Harry. Das war perfekt, Harry. Ich bin schwer beeindruckt. Es war brillant, Harry. Professor Flitwick hätte dir mindestens 20 Hauspunkte dafür gegeben. Versuch jetzt mal, den Adohomora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberungsunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Erwende Adohomora, um sie zu öffnen. Das ist aber eine hübsche Narbe. Ich bin eben gegen einen Ritter gelaufen. Und der hat mir eine Bertie-Botz-Bohne gegeben. Wende den Zauber auf die Tür an. Wir haben schließlich nicht ewig Zeit. Hallo, Adohomora. Du hast es geschafft. In diesem Raum gibt es zwei Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Litt hin! Versuch es mal mit dem Bücher-Shop. Adohomora. Wenn du damit fernst, bist du dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Erwende Adohomora, um sie zu öffnen. Adohomora. 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 Erwende Adohomora. Komm! Erwende Adohomora. Erwende Adohomora. Durch diese Tür kommt es zum Unterrichtsraum für Zauberkürst. Erwende Adohomora. 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 Klippen, Klippen, Klippen! Klippen, Klippen, Klippen! Klippen! Klippen, Klippen, Klippen! Klippen, Klippen!